hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen review von billiard 2 mit dem ja mit dem yogi bär den jetzt schon gehört habt und ich den großen auftritt kaputt gemacht aber die option finde ich immer noch genial das nächste irgendwie lautstärke oder so das ist ja einfach ich sag mal stopp ich war gerade wie unsere deutschlehrerin stopp im moment werden gerade den da so spieler 1 weiß ich habe keine ahnung 97 spieler 2 immer auf die feile was gibt es noch für karaktere was gibt es noch für karaktere ich will der grüne sein oder der gelbe du kriegst den nein du kriegst den ich will ist die frau was nehme ich denn die aus kacke kacke ich bin hier der raucher so ein neues spiel wie ich bin überhaupt wir spielen mal zwei spieler ein spieler spielen wir wollen jetzt einfach mal zwei spieler ok wie spiele ich denn keine ahnung laden also übrigens habe ich rausgefunden bei dem kart simulator ja dieser das was wir für einen reifen gehalten haben war gar kein reifen das war der ladewagen was wir dachten doch in dem titelbildschirm der ganze zeit da war ja dachten wir doch dass da ein reifen drin wäre ja das war gar kein reifen das war der ladewagen what the fuck moment jetzt kann ich hier die kugel platzieren irgendwo hier kann ich die da rein platzieren so ich hasse unbesichtbare mauern spielen so da möchte ich denn möchte ich ich glaube dahin und dahin woher weißt du wie das geht hab keine ahnung vorher stoß nächster stoß jetzt bist du dran muss mal hier rüber kommen da muss der yogi bär jetzt mal ein bisschen schreien immer also du musst genau kannst jetzt so zielen da musst du gedrückt halten und dann die maus und dann auch nach vorne schieben nein einfach ich habe losgelassen einfach nur oder nach vorne schieben noch keiner hatten keiner hat einen reingemacht du musst versuchen du hast eine volle moment wer ist denn jetzt dran ich bin weil du ein ja einen reingemacht hast das stand ja nicht der gröner ist aber glaube ich hier oben rechts ja macht du einfach mal ja wir gucken ist ja scheißegal so ist die frage was hast du für kugel ich hab voll du hast voll guck doch okay weiter ich wollte eigentlich die orangen traf kugel 13 aber ich habe schon zwei kugeln und ich habe immer ich habe keine ich lege jetzt einfach mal dahin liegt eigentlich perfekt wer ist denn jetzt dran wo sieht man das denn ganz sicher weil man auch so besonders du hast gelb und ich habe den grünen jetzt ich blick nicht durch ich mache jetzt einfach mal die folge das sind meine du hast gerade eine halbe reingemacht mal da halbe volle bei dir steht halbe bei mich der volle okay das macht so hoffentlich kann man mich hören so weil du sie direkt im mikro sitzt ja musst du bisschen schön immer wirklich was jetzt kann man mich bisschen besser hören ja mich weniger so aber warum hast du gerade für die kummer du hast jetzt die und die ja ich habe zwei punkte trotzdem zwei punkte dafür bekommen das ist glaube ich nur zwei kugeln was so ich kann mir jetzt vorheriger stoß jetzt bist du wieder dran ja da spieler wechselt ja ist mir das zu gefährlich na hau rin und jetzt die rein auch schade nächstes schluss jetzt wird auch immer schon angezeigt kommt so so und ich hau mal rein so du bist ja dran ja komisch jetzt bist du noch mal dran ja wenn ich die pro ein bisschen darüber da bin ich wieder dran ich muss jetzt da hinten kommen mich zu mal dich jetzt rein hast du gut gemacht ja deine blaue lag im weg muss erst mal weg ja ja natürlich gewinne ich immer also ist ja keine frage ich habe eine super idee was jetzt immer mache das glaube ich besser das hat bestimmt überhaupt nicht übersteuert jetzt muss ich so sitzen weil ich sonst nix sehe ich habe so ein mikro vom mund jetzt so was dolle aber von dir ja ich trau mich überhaupt mal eine getroffen aber jetzt war nix von spieler wechsel also ist die frage wer jetzt dran ist soll ich einfach mal weiter machen eigentlich bin ich ja dran weil du hast ja eine von meinen reingespielt ja aber da stand kein spieler wechsel ich mache einfach mal ne spieler auf die folge alle die war für dich gern geschehen jetzt bin ich ja du darfst jetzt noch mal ja ich wollte nur eine kugel reinmachen ich bin nämlich immer ganz nett eigentlich ist das spiel gar nicht so schlecht mir ist halt nicht spannend aber auch nicht schlecht aber nur wenn man zusammen spielt so langweilig jetzt bin ich dran jetzt bin ich offiziell dran um ja hier gleich pro jetzt geht's aber los die prallt paar mal ab stößt die an die denn die und dann bleiben alle liegen das war geplant ne ja natürlich war das geplant welche kugel spiele ich wohl rein aber du hast da angestoßen du Idiot ja ich bin gegen die Bildschule gekommen ist aber was du nicht getroffen ne so andere erklärung du bist schlecht mach nicht die schwarze rein doch ich fasse es mal oh Gott wie schnell ist die kugel er gibt hier auch so mit nein das wär jetzt aber das wärs jetzt gewesen das wärs gewesen Gott ich hab ja gar nicht mehr so viele kugeln ist das ne halbe nein das ist ne volle alles geplant ich bin immer so ein bisschen so so was nehm ich denn jetzt mal ich versuch mal das ganze so zu machen schaffst du nicht ah Idiot oh schade die andere wär fast noch reingegangen ja genau na wer von uns beiden hier führt mit zwei kugeln hä hä ich das scheiße oh 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 ne 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 ich will das nicht ja genau so ich wollte da gar nicht anstupfen komm mal volle pulle hast du meine kugel mit rein da ist irgendeine andere mit rein oh ich hab zwei gemacht ah zwei nee ich hab eine gemacht ich hätte vorher zwei eines nur reingegangen da hast du aber auch eine reingegangen oder ne okay Aber ich darf jetzt ja nochmal. Warte, warte, die ist gut. Die bringt viele Punkte. Ja, ja. Nein. Welche machst du jetzt wohl rein? Versuch mal die da hinten. Das muss ich ja nur noch treffen. Die schwarze, ich habe viele Punkte, hast du mir verraten. Ja, nein, das war der Plan, aber das war irgendwie dann nicht. Das war der Plan. So, ich spiele jetzt die hier an. Finde ich gut, anstatt die nehmen. Danke, anstatt die zu nehmen, die hier direkt vorm Loch liegen. Ich denke nicht nach. Trafkugel 7. War eine volle, ne? Ja. Das wäre so witzig, wenn das gehen würde. Geht aber nicht. Ja, alles geplant, ne? Jetzt liegt sie nämlich fast. Scheiße. Aber nur fast. Nimm die Schwarte, die ist gut. Das versaue ich, das versaue ich, das versaue ich. Aber nichts. Oh, habe ich fein gemacht, ne? So, jetzt die gegen die und dann die gegen die. Nein. Nicht ganz. Warte. Warte, guck mal. War fast. Da. Du bist dran. Mir fehlt das Anti-Aliasing in dem Spiel ein bisschen. Bitte. Man sieht das gar nicht am Stab. Da fehlt mir so ein bisschen das Anti-Aliasing noch, aber gut. Was sieht man nicht am Stab? Ja, du siehst, der ist ziemlich verpixelt. Nein. Da fehlt mir ein bisschen das Anti-Aliasing. Du hast die Grafik überhaupt nicht. Äh, ich habe halbe, ne? Ja. Ja, halbe. Das ganze Spiel war kein Halbender. Ich, wie gesagt, ich habe mal eine raufknüppelt-Taktik. Man sieht hier ja gar nichts. Nein, wenn das jetzt auch noch nicht ist. Das wollte ich gerade sagen. Das geht ja gar nicht. Da oben steht immer nächste Kugel. Ich glaube, die musst du noch reinmachen. Ja. Die liegt ja nur noch. Ach ja, du hast ja auch nur noch die. Nope. Wird nichts. Nein. Schade. Ja, egal, wenn man mal genau so mittig da durchgeht. What? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin dran, danke. Ich habe aber nicht mal die Taste gedrückt. Ich weiß. Wird trotzdem dran. What the fuck? Ja, weil ich der König bin. So, jetzt muss die Schwarze. Egal, welches Loch, ne? Ich glaube, ja. Na, schade. Da lag, glaube ich, meine sogar am Weg. So, ich drücke jetzt nichts. Ja, du bist dran. Ich warte jetzt erstmal. Weil du einfach nichts kannst. Deshalb hat das Spiel gleich gesagt. Ach, komm. Den kann das sowieso nicht. Hast du Glück gemacht? Oh, ich bin auch wirklich ein Billard-Schreiße. Du bist dran. Ich auch. Komm, mach die rein, ist das Review zu Ende. Oh, so ein Ärger. Wäre die weiße Kugel reingegangen, hättest du dir aussuchen dürfen, wo du sie hinlegst. X-Project. 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 Jetzt darf ich mir gleich raus, wo ich sie hinleg. So, komm. Woher kommt der X-Project? Volle Polle. Woher kenne ich das denn jetzt noch? Oh, boah. Ist wieder rausgeglitscht. Die weiße Kugel. Oh, ja. Sehr schön. Ah, du hast... Achso, ne. Ich dachte, du hast jetzt hier die Dings reingegangen. Nein. Aber ich glaube, die kriegst du jetzt rein. Ne, du. Aber ich habe mehr Kugeln versenkt als du. Toll. Und ich brauche noch eine von meinen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Gewonnen. Mit weiß auch noch. Guck. Was? Hä? Warum? Weil die weiß mit reingegangen ist bei der schwarzen. Darf sie nicht. Nein, darf sie nicht. Scheiße. So, Leute. Jetzt wisst ihr, wie man spielt. Finde ich ja irgendwie ein bisschen unfair, ne? So, ich habe gewonnen. Ich stelle das Mikro wieder um. So. So gewinnt man ein Spiel und... Genau. Einfach die ganze Zeit nichts machen und dann hoffen, dass die letzte Kugel daneben geht. Ja, LpH97 hat gewonnen. Ja, LpH97 ist ein kleiner Bimbo. Ich habe ja auch die meisten Kugeln versenkt. Die meisten falschen, ja. Ja. Du hast ein zweifel von meinen, ne? So. Ist das Spiel jetzt beendet oder was, wenn ich eine Taste drücke? Ne. Ich dachte gerade. So, Mikro. Und wir nehmen doch auf, ne? Ja, wir nehmen doch auf. So, Credits einmal nochmal an. Gucken. Eben war das anders. Oh ja. Sehr schön. Kaputt. Aufgehört auf.